Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo! Das stimmt jetzt nicht. Was machen Sie da? Mama! Wie machen wir heute den Umzug? Ich zieh nicht um. Du vergisst Sachen. Seit wann ist das denn ein Verbrechen? Wo ist eigentlich die Oma? Dann musst du nochmal schnell weg. Moment. Sie hat gesagt, sie will zur schwarzen Madonna nach Alt-Hötting. Jeine Mutter ist auf Wallfahrt. Wenn du nicht sofort einsteigst, dann fahren wir los und lass dich hier alleine. Bitte Mama, steig ein jetzt. Aber bleib stehen, jetzt sofort! Scheiße! Mama, bleib da und pass auf deinen Bruder auf. Da ist der Herr deurer Sohn. Woher denn? Wo ist halt Ötting? Da! Da! Marie! Hier geht's doch nur darum, mir eins auszuwischen. Bis der Oma dabei geht, ist dir völlig wurscht. Mama, wo bist du denn jetzt hin? Steig mal auf ihn! Sauf! Ja, da bist du kein richtiges Mal. Was sollen sie denn überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Aber doch erfahren gehen müssen sie. Komm, Oma! Mama! Was glaubst du, warum renne ich mit dir hier durch die Weltnis? Woher soll ich das wissen? Das Telefonieren-Wert der Pfad ist verboten. Wollen wir nicht lieber versuchen, den Papa zu finden? Geh, der Papa ist doch schon lang tot. Nein, mein Papa. Als ob du einen anderen Papa hetzt als ich. Als ob du einen anderen Papa hetzt als ich.